Moin ihr Keks und Willkommen bei meiner Iron Man Wand. Das hat auch seinen Sinn. Und zwar zeige ich euch heute endlich mal das Bildmaterial, was ich aus Hongkong mitgebracht habe. Und zwar war ich in den heiligen Hallen von Hot Toys, von einer Secret Base in Hongkong. Es ist verboten dort zu filmen. War mir egal, ich habe es trotzdem getan. Also ich deswegen bitte habt ein bisschen Nachsicht mit dem Bildmaterial. Es ist nicht so das Beste. Ich hoffe, man kann einiges erkennen. Es sind auch kurze Clips. Ich werde das natürlich dementsprechend arrangieren. Fotos sind auch viel dabei. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Als ich da drin war, die Türen gingen auf und da war alles vorbei. Ich hätte nur weinen können. Das ist der Hammer, was da. Da steht ja alles logischerweise. Die haben alle Figuren da, alle Specials, alle Editions. Da mag man nur noch weinen, wenn man da hingeht und kein Geld dabei hat. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst mir einfach mal euer Kommentar da, wie ihr das findet unten unter dem Video. Und da sage ich jetzt einfach mal viel Spaß mit Hot Toys aus Hongkong. Ich schuze ihn auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.